Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich ganz herzlich zu unserem gemeinsamen Abendgebet. Ich freue mich, dass ich das jeden Abend mit euch tue und wir gemeinsam immer wieder in die Wiederholung gehen, denn das stärkt unsere Verbindung zu Gott und das macht unsere Welt zu einem schöneren Ort. Spürst du das? Ich spüre das jeden Abend ganz deutlich. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, alle Wesen des Lichtes, die Einhörner, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel und ich bitte sie mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde mein Herz nun mit deinem und bitte mich, dich, dein Herz aus der Liebe mit meinem zu verbinden und wir verbinden uns nun mit allen Menschen, die in diesem Augenblick beten. Ein mächtiger himmlischer Vater, großer Gott, bitte nimm die Verzögerung aus der Veränderung, die du uns angekündigt hast im heutigen Tagesorakel, heraus. Bitte löse sie auf und lass dein Licht hell erstrahlen und hell leuchten. So, dass wir die Veränderung, die uns Klarheit bringen, ganz schnell erleben. Bringe Klarheit in den Geist der Menschen, bringe Liebe in die Herzen der Menschen und schärfe den Blick für das Spirituelle im Leben der Menschen. Lass uns ein Leuchtfeuer für deine Liebe sein, lass uns dein Licht in die Welt hinaustragen. Ich bejubel dich, allmächtiger Gott, und sage Halleluja, denn deine Liebe ist Sieger und ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche dir, wie immer, einen wunderschönen Abend, eine zauberhafte Nacht. Gott, schütze dich und segne dich und er lasse seine Engel deinen Schlaf bewahren und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe bis morgen früh. Udo Golfmann, tschüss. Und dann, wie immer, ein Wunderschönen. Und dann, wie immer, ein Wunderschönen. Und dann, wie immer, ein Wunderschönen.